In der Fischergilde angekommen, gebe ich jetzt meine hochkarätige Forelle ab. So, wo ist sie denn? Wenn ich jetzt total... Ah, da oben rechts, Mensch, ich hab's echt nicht gesehen. Okay, hier bitte meine... mein Prachtexemplar, genau. Und der Meister kommt auch wieder. Er ist natürlich so faul wie immer, der Meister, und will einfach nur, denkt nur an's Essen oder an's gemütlich machen, und ja. Aber hab ich gut gemacht. Was krieg ich denn jetzt? Oh, an den coolen Hut. Ich will den Hut. So einen, wie er auf hat. Yeah, der ist cool. Klasse. Ja, jetzt brauche ich jetzt wieder Level 15, damit ich weitermachen kann. Das heißt, entweder wir machen jetzt mit den Schmieden weiter, oder wir schauen einfach mal, dass wir unsere Quests weitermachen können. Jetzt hab ich nicht gespeichert, dass ich den Hut aufkauft hab, gell? Egal. Wir gehen wohin? Entweder mal ins westliche oder ins untere. Ja, dann schauen wir da einfach mal. Ich glaub, da ist es dieses Sturmtor, das brauche ich. So, wo muss ich hin? Oh, da unten ist schon mein nächster Quest. Aber ich müsste auch hier hoch für weitere Sachen. Wo muss ich denn hin bei meinen normalen Quests hier so? Zum Beispiel die Stimme der Wüste. Ah, das ist... Oh! Ich hab keine... Das müsste ich dann... Moment. Das müsste ich in Gridania machen. Nee, da wollen wir jetzt nicht hin. Da ist ein Fate. Schauen wir doch da hin. Und dann können wir vielleicht auch unten hier gleich auch schon Skama besuchen. Mal gucken, was das so auf sich hat. Bin ich letztlich neben so einem Marienkäfer gestanden? Nur gestanden und das Ding greift mich einfach an. Also richtig sinnlos. Nee, das war ja Stufe 2. Naja. Da muss ich gegen das große Ding hier kämpfen, weil es ist blöd, wer kein anderer mitmacht. Und alleine schaffe ich das nicht. Ach, das ist mies. Wo sind denn die ganzen Leute? Ich lasse übrigens mal dieses süßes Chocobo-Küken hinter mir herlaufen. Ich finde das so putzig. So. So. Stöß rein. Hier helfe ich doch nicht platt. Schauen wir hier ran. Schauen wir hier ran. Nein, schauen wir nicht hier ran. Schauen wir dahinter. Oh, der möchte den Verkehr der Brücke nicht mehr regeln und ich soll ihn hier in Ruhe lassen, aber... Hm. Jetzt habe ich mit ihm mal gesprochen. Jetzt muss ich in die andere Richtung. Oh, da gibt's Stau. Kapiert. Hey, kann der eine nicht rechts entlang von und der andere links? So, den beruhige ich jetzt. Wie ruhigern da oben steht's. Hier sieht er ziemlich gleich aus. Könnt jetzt fast schon ein Zwillinge sein, hm? Und dich beruhige ich jetzt auch mal. Haha. Hey, die Hose sieht echt cool aus. Jetzt sehe ich es wieder nicht. So, beide sind beruhigt. Jo, ich hab's geschafft. Mei, was tänzelt denn da rum? Achso. Der hat sich weggebeamt. Okay. Hm, gut. Ich mag meine Belohnung. Sag danke. Ach, da komm ich dann. Wohin? Das westliche. Mei, vielleicht soll ich doch eher nach oben erst schauen. Oh, so viel zu entdecken. Und wohin soll ich zuerst gehen? Und ich hab immer noch kein Chocoro. Auch wieder... Also kein... Ja, kein Dodo. Oder irgendein anderes Reiter. Also kann ich noch nicht benutzen. Hm. Vielleicht soll ich doch erst lieber... Ah, jetzt macht da jemand das fertig. Sehr schön. Ähm. Hauptquest weitermachen. Jo, ich better... Ich drösche da einfach auch mal drauf. Ach, müssen die anderen im Blick behalten, dass die ja nicht sterben. Sonst hab ich ja mega schlechtes Gewissen. Ich hab das Ding dann mal angiviert. Sehr schlecht. Sehr gut. Gut. Zur rechten Zeit zurückgekommen. Die Augen. 319 Routine. Ach, das ist ja schön. Ach, das ist ja schön. Oh, das ist schön. So tolle Lebewesen. Wow. Cool. Dodos. Da krieg ich wahrscheinlich das Dodofleisch her. Durchglück. Ja. Hoppelburg. Haha. Ja cool. Du hast dein Quest für mich. Ah ne, du bist bloß der Linienjob-Kuppa. Hm. Hm. Ich guck mir mal hier so schön die Sachen an, was die hier haben. Ich hab leider null. Ähm. Hey, da hätte ich was, was ich aufgeben kann. Na, das brauche ich aber alles. Ach, Menno. Guami. Kann ich euch was geben? Ah, Hornsirup. Mist. Habe ich zu wenig? Ein Murmelhörnchen-Steak. Cool. Das hätte ich aber. Ich hab keine Freiblenze vollmachten mehr. Was ist das? Kokoro-Butter. Da hab ich leider nur vier. Aber Uragensaft. Hm. Das kann ich dir irgendwann mal alles geben. Boah, hier beginnt die Quest. Was kann ich für dich tun? Ja, ich bin Abenteuerin. Mach ich für dich ins Kürbisfeld und... Und jetzt geh ich zu dir, weil dir kann ich was geben. Nämlich... Du willst die Pfifferling... Ähm. Boah, hoffentlich habe ich die noch und habe die nicht gegessen. Oh. Nein, hier ist er. Danke. Danke. Cool. Danke. So, hier muss ich was tun. Zu dir gehen. Mit den Rädern. Mit den Rädern. Der Schaf flüstert. Das Schaf fühlt sich gut. Halt, dem geht's auch gut. Dann... Entlaustungsbürste. Achso, ich tue es Bürsten. Mit Pulver. Hä? Ja gut. Wird schon so funktionieren. Zack, jetzt kannst du fliegen. Feenstau. Ja. Hm, hm, hm. Achja, ich muss ja wieder zurück. Oh. Oha, cool. Automatische Holztüren. Ähm. Ähm. Ähm, öfter. Grat. Cool. Ich hätte zwar jetzt das andere auch gleich mitmachen können, aber da übersichtshalber, ich habe jetzt diesen Quest hier vervollständigt. Hier bitte. Danke. Und ich kriege so wenig, dass ich ganz wenig noch nicht meine neue Stufe kriege oder so. Boah, dann kriege ich Blitzscherben. Das ist ja klasse. Ja. Ich brauche zwar nicht, ich brauche eher Feuer, aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und ich hätte ja total in die andere Richtung müssen. Aber ich sehe hier, ich kann hier einen Fade anfangen. Das will ich doch nicht gleich ähm Halt. Wo kann ich das? Hier. Ah. Jetzt habe ich Nein gedrückt. Ja. Ich weiß noch nicht ganz, was ich machen muss. Jetzt bin ich aus dem Feldbereich auch heraußen. Aber andere werden da schon hinrendern. Oh, ein schlauer Staffelmull. Boah, schon sind die Leute da. Boah. Ein Rösling. Da kriegt man echt Angst vor Blumen. Vielleicht brauche ich noch irgendeine Rose mal zum Kochen. Kriege ich die daher? Na, bestimmt nicht. Ja. Ich habe mir noch nicht ihn. Ich bin schon wieder. Ich bin wieder. Das geschieht. Ich bin nicht k�Oh. Ich bin sehr gut. Ich bin ich mit der HP. Das ist das ist das Nu. Ich bin sehr gut. Ich bin ja immer wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin bestimmt die hoveringse Möbel. Ich bin sehr ganz einfach. Oh mein Chocowo, der kommt mir hinten einfach so hinterher. Das müsste doch mega Angst haben. Da. Noch welche. Das ist doch falsch, aber egal. Klasse. An der Erfahrungsstufe bin ich auch noch gestiegen. Und ich renne durch euer Feld. Es tut mir leid, ihr macht euch so viele Mühe. Hm. Mensch, die haben gar keine Chance. Das tut mir direkt leid. Riesen! Und ihr habt nichts für mich. Ja. 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 Hey, da geht er gar nicht lang. Dann muss ich wohl in die Gockelburg direkt ran. Hier bitte, erledigt für dich. Und ein weiterer Quest, klasse. War das die Kampfmarienkäfer, die ich vorher auch schon gesehen hab? Was hast du denn hier zum Verkaufen? Unter anderem auch Köder? Boah, Blutwurm. Das ist ja mal interessant. Mit dem habe ich noch nicht gefischt. Merke ich mir, dass es den hier gibt. Jetzt brauchst du noch Hilfe. Hier ist dann entflohener Dodo. Und eingetütert, zack. Oh je, da oben auch. Da ist er. Und das Riesending nehme ich einfach im Sack so mit. Ja klar. Ja gut, warum nicht? Da ist er. Dodo. 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 Ich hoffe ich konnte dir helfen. Die haben Giftdrüsen. Okay, so, sonst habt ihr hier nichts? Da muss ich hin, zur Schädlingsbekämpfung. Da mache ich mich dann da mal auf den Weg.